Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect und ich habe mir überlegt, damit hier anständig Platz ist, kaufen wir dieses Grundstück auch nochmal eben dazu. 22.000, ja das haben wir dann noch so gerade. Und jetzt haben wir endlich mal genug Platz und können anfangen erstmal wieder mit dem Abholzen von Bäumen. So wie sich das gehört, Umweltschutz ist uns sehr wichtig in diesem Spiel. Also erstmal alles weg, was Sauerstoff erzeugt, kann kein Mensch gebrauchen. Machen wir schöne Nummernschilder raus. So, wenn die abgeholzt sind, beim Kauf geht er also immer zurück, okay. Hier unten kann ich weiter kaufen für 22.000, das ist ja schön. Ich kann also ein riesen Gefängnis bauen, das ist ja toll. So, was habt ihr denn schon wieder? Ja, Leute in Einzelhaft, das sei da selber schuld. Also ihr seht, es ist noch nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme, für euch natürlich wieder zwei Tage. Aber das soll es somit nicht das Problem sein. Machen wir mal hier weg, weil ich muss jetzt hier Zäune ziehen. Denn bevor wir hier groß anfangen zu bauen, müssen ja Zäune gezogen werden. Die buddeln sich hier unten jetzt den Wolf. Das ist auch ganz gut so, weil ich muss dann ja auch noch ausmessen und so weiter. Also ich werde das wieder so machen, dass wir sozusagen in der Folge jetzt die Zäune ziehen und dann werde ich mich dran begeben, den Zellentrakt zu machen. Wie gesagt, ich denke, dass das so in der Größenordnung sitzen acht, 16. Also es sind genug Plätze letztlich für diese Zellengröße. Ansonsten muss man mal gucken, vielleicht den Hof ein bisschen größer oder so. Also Werkstattgröße ist auch soweit okay. Mal gucken, wie wir das hier verändern, weil das ist ja sozusagen aus der Not gewachsen. Es spricht also nichts dagegen, das alles umzubauen, die Rezeption vielleicht nochmal zu verändern, weil das hier gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Muss aber durch die Dinger hier sein, wobei vielleicht bauen wir hier auch noch eine Zelle rein oder irgendwie sowas. Mal gucken. Ja, also das ist noch alles ganz offen, wie wir das machen. Das ergibt sich auch wieder. Und hier ist alles fertig. Dann können wir anfangen. Denn auch hier ist jetzt die Frage, warum muss es denn jetzt schon wieder dunkel sein? Menno. Ich asse dunkel. Ich muss mich doch jetzt mal konzentrieren spielen. Und das fällt mir heute echt schwer, weil es ist derselbe Tag, also für euch schon viele Tage her, meine Aufnahme. Aber es ist eben einer dieser vielen, vielen, vielen heißen Tage, die wir jetzt gerade wohl haben, wo man echt keine Lust hat, sein Gehirn anzustrengen. Meins sagt auch gerade, lass mich doch in Ruhe. Ja, ich will jetzt nicht denken. Ich weiß ja nicht, ob es eurem Gehirn bei der Hitze auch so gegangen ist. Ja, ist ja immer die Frage, was jetzt für Wetter ist. Das hier kann weg. Das brauche ich nicht mehr. Der kann weg hier unten. Brauche ich auch nicht mehr. So. Und dann, äh... Es ist einfach nur anstrengend. Haben wir irgendwo eine Seite, seht ihr eine? Dann schreibt mal ganz laut hier, dass ich das jetzt auch höre. Ist natürlich Quatsch, weiß ich, aber... Ich kann ja anders mit euch bei einem Let's Play nicht interagieren, ne? Geht ja. Das geht ja nicht. Okay, also. Zäune ziehen. Gehen wir mal ins Planungstool. Wie viel haben wir hier zwischen? 39 Meter. Okay. Wenn wir jetzt alle 39 Meter sowas machen, dann hätten wir hier 39. Gehen das so bis hier. Und hier ging es weiter. Brauchen wir also nicht 39. Okay. Ähm. Macht ihr gerade irgendwas? Ist irgendwas passiert? Oder... Warum braucht ihr heute so lange? Hm? Bin ich was anderes gewöhnt? Oh, wir machen aber schön plus. Das ist gut. Das ist gut. Und es wird wieder hell. Jawohl. Jetzt können wir loslegen hier. Ähm. Wende. Also wir arbeiten mit Zaun. Das heißt, hier ist der. Das ist hier. Hier müssen wir weitergehen. 39. Machen wir 35 Meter. Zaun. Dann kommt hier. Wie sind die immer aufgebaut? Das ist, äh... Haben wir mal einen, der vollständig ist. Das sind immer... Äh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Und dann geht es hier weiter mit Zaun. Wieder bis irgendwo hier unten. Und hier haben wir eins. Klima weg. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Na. Dann haben wir immer einen Zweier-Durchgang. So. Ihr merkt, hier ist jetzt wieder... Konzentration. Angesagt. Die kommen ja noch rein, ne? Also noch ist ja kein Problem. Genau. So. Das heißt, wir müssten jetzt... Zaun. Wir machen ja... Wir arbeiten ja symmetrisch. So. Warum ich den da reinziehe. Das hat überhaupt keinen Sinn. So. Ich muss mich, wie gesagt, mal eben ganz kurz konzentrieren. Aber wirklich nur ganz kurz, ne? So. So. Passt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irgendwas ist hier falsch. Ne? Seht ihr dem Profi sofort? Seht der, dass das nicht richtig ist? So. Einfach ist das. So. Einmal hier. Einmal... Ne, der auch nicht. Hier. So. So. Ja, da fehlt noch einer. Ich weiß. In der Mitte fehlt noch einer. Ähm. 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. So ist korrekt, ne? Und dann hatten wir hier noch einen. Hier beginnend. Ich hoffe, dass mich das jetzt kein Geld gekostet hat. Das wäre natürlich ausgesprochen... ...blöd. Aber ich weiß, dass es eben, also es gibt bestimmt andere Möglichkeiten, das zu testen. Aber ihr seht, mit der Maus ist halt immer ein bisschen gefährlich. So. Jetzt muss ich mich wirklich mal ganz stark konzentrieren. Deswegen habe ich jetzt gerade sehr wenig gesprochen. So. Aber damit haben wir es. Ne? Und dann haben wir... Wir hatten doch auch noch Türen über. Hier. Türen, Türen. Eine Personaltür. Das heißt, wir bauen mal hier eine Personaltür rein. Und wir bauen mal hier hinten eine Personaltür rein. Und wenn das dann umzäunt ist, dann können wir nämlich diesen Zaun hier sozusagen wegnehmen. Aber erst dann. Und das mit dem Zaun wird auch noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, ihr habt keinen Fehler gemacht. In der Zwischenzeit können wir ja mal gucken, wie es unseren Gefangenen geht. Ich trinke mal was. Stimme wird trocken. Und der Hals wird rau. Wer also eine Idee hat, jetzt habt ihr noch die große Chance. Weil ich werde jetzt gleich erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Aber jetzt habt ihr sozusagen eine Chance, euch auch mal zu äußern, ob ihr hier zum Beispiel Ideen habt. Wenn ihr sagt, das möchten wir gerne so haben oder so, dann lasst das doch mal in den Kommentaren. Und was ich schon ein paar Tage wieder nicht gemacht habe. Ich möchte übrigens allen neuen Abonnenten hier auf diesem Kanal ganz herzlich Hallöchen sagen. Herzlich willkommen hier auf Fettlp, dem Let's Play Kanal von Fussel. Ich hoffe, du hast schon viele gute Videos gefunden. Es sind mittlerweile über 1500 Videos zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also genug Material. Da kann man sich schon mal den einen oder anderen langweiligen Tag mit verderben. Ne, rumbringen. So müsste das heißen. Sollen wir hier Steinwege pflanzen? Würde Sinn machen, ne? Können wir eigentlich generell mal schön machen. Aber ich glaube, das kostet viel sinnloses Geld, ne? Weil wir brauchen ja noch Geld. Gehwegplatten. Geschwindigkeit schnell. Nur im Außenbereich. Okay, nur Innenbereich. Also da müssten hier sozusagen Gehwegplatten hin. Das könnte man natürlich mal machen. Was kostet mich das denn, wenn ich jetzt mal hier eine Gehwegplatte hin mache? Weil hier sollen ja die Scharfschützentürme drauf. Falls mal einer flüchtet. Ich gebe wieder Geld aus, Weißer. Völlig unsinnig. Weil niemand läuft hier rum. Zack. So. Sehr schön. Dann machen wir das noch schön hier rum. Und hier und hier. Für die Leute, die um die Türme rumlaufen müssen. Ach, das wird ein ganz hübsches Gefängnis. Glöpfe mir das. So. Hm. Wie gesagt, der Zaun kommt ja weg. Hier kommt noch drumrum. Ich meine, für die natürlich von Vorteil, weil die können dann richtig schnell laufen. Ja, ne? Natürlich für die Hundepfoten vielleicht nicht ganz so ideal, aber... Warum hat das gerade geleuchtet? Und schmuggelt der Polizist hier was? Schade. Was ist denn da drin? Stapel Holz. 1200. Ja, stimmt. Wir verdienen ja auch nicht schlecht durch die Werkstätten. Das muss man auch machen. Man muss wirklich von vornherein Werkstätten haben. Und guck mal, hier werden Betten hergestellt, die ja... nicht so viel bringen, aber immerhin, äh, also es wird gebaut. Das ist gut. Was machen wir denn gerade? Freizeit. Seid ihr alle ausgebüxt? Oder was ist hier so ruhig? Wir können aber auch mal drei Leute morgen reinlassen, oder? Haben wir die Zeit noch? Ja, die haben wir noch. Einlieferung. Anzahl. Drei. Komm, dann beschleunigen wir das Ganze mal. Dann gucken wir mal, wen wir noch kriegen. Und ich sehe doch eine Notebook-Seite. Wir haben es ja auch gerade beschleunigt, das Spiel. Und ihr wisst ja, dann geht es wieder auf langsamste Geschwindigkeit zurück. Ich gucke mir gerade mal an, was unsere Köche so machen. Okay, der Raum ist fast sauber. Hier ist nur noch ein Tablett. Aber auch das kommt weg. Es wird gespült. Der spült sich den Wolf hier unten. Das sieht ja fast aus, als wenn es was Sexuelles wäre. Schnappst du den gleich? Oder soll ich mal eben ein Arzt hochschicken? Schick mal schnell ein Arzt hoch. Bringt natürlich nichts. So, Küche ist wieder sauber. Aber das funktioniert also zeitlich auch ganz gut. Wir machen gerade nur 5000 plus. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, dass wir so... Habe ich irgendwas gemacht gerade? Wir waren doch bei über 6000. Wieso habe ich denn plötzlich nur noch 5000? Hm. Verstehe ich nicht. Kann ich dich rekrutieren? Ach, du bist schon wieder Informant. Ja, ich habe nur die... Also wirklich, ich habe die Crème de la Crème. Das ist meine Informanten-Basis. Die Crème de la Crème. Wie sieht es denn hier aus? Macht so hier schon mal einen guten Eindruck, der Zaun, ne? Hier muss noch ein bisschen gebastelt werden. Aber die kommen rein, die kommen raus. Das sollte nicht das Problem sein. Hier fehlt ein bisschen was. Müssen wir uns gleich nochmal angucken. Jetzt gleich kommen die neuen Spießgesellen. Dann können wir uns die nämlich mal zusammen angucken. Und dann werde ich, glaube ich, das Spiel einfach mal auch ein bisschen laufen lassen. Damit wir nämlich ein bisschen mehr Geld haben. Damit wir dann jetzt auch in den Bau einsteigen können. Die Grundlagenbildung, das läuft. Alle hässlichen Häftlinge kriegen was zu essen. Das läuft auch. Ansonsten sieht zur Zeit gut aus. So, da sind sie, die Neuen. Zack. Drei wollten wir haben. Verteilt für Folter. Dafür muss man in den Knast. Das ist auch wieder so ein furchtloser Anführer. Also so ein ganz harter Bursche. Unter Mord. Ist noch nichts bekannt. Also ich weiß eben auch nicht, warum wir hier überhaupt kein Kriegen, der Schutz befohlen ist. Keine Ahnung. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen was bauen. So eine Sicherheitszentrale zum Beispiel. Damit wir dann auch über die Informanten ein bisschen was rauskriegen. Wer, also hier, der Scott Whiteman zum Beispiel, der hat ja immerhin 50% abgedeckt. So, und wenn du den jetzt aktivierst, dann siehst du die Informanten. Du siehst aber zum Beispiel kein Target, also kein Ziel. Ähm, insofern, nix interessantes gerade. Gut. Ja, Mensch. Dann haben wir es doch schon wieder geschafft. Hier sind genug Leute eingestellt. Da haben wir ja auch noch nichts, kein Zutritt. Genau. Äh, das machen wir auch schwarz. Das machen wir schwarz. Perfekt. Hier soll ja keiner her. Das sind alles offene Dinge. Das ist okay. Wobei der kann jetzt zu sein. Hier muss ja auch keiner mehr rein. Das haben wir ja auch schon vor einigen Folgen geändert. Das hier kann ich nicht ausschmeißen. Okay, alles gut. Dann, ähm, machen wir hier nochmal schnell eine Tür rein. Das muss ja auch sein. Das ist hier. Das ist... Wir haben keine Personaltür über. Wie kann das denn sein? Und dann kommen die Leute hier auch an den Lagerraum. Okay, dann haben wir es wieder geschafft. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Prison Architekte oder bei einem der vielen anderen Let's Plays auf meinem Kanal. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.